iOS hatte das Thema Barrierefreiheit schon sehr früh auf dem Plan. Es gibt schon seit längerer Zeit verschiedenste Möglichkeiten, das iPad entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers einzustellen, um die Bedienung einerseits zu erleichtern oder gar erst zu ermöglichen. Die Bedienungshilfen findet man in den Einstellungen auf der linken Seite bei Bedienungshilfen. Diese sind jetzt unterteilt in den Bereich sehen, physisch und motorisch, hören und allgemein. Die Vorstellung aller Möglichkeiten im Detail würde den Rahmen des Videos sprengen. Am einfachsten nehmen Sie sich mal ein iPad zur Hand und probieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten mal selbst aus. Ich möchte hier noch einen kurzen Überblick liefern, was denn in den Bedienungshilfen alles enthalten ist. Wir haben hier oben zum Beispiel VoiceOver. Das ist eine Funktion für blinde Menschen, die dafür sorgt, dass jeder Bereich, den ich mit meinem Finger auf dem Display anwähle, entsprechend vorgelesen wird. Ich habe die Möglichkeit, über Zoom und Lupe mir Inhalte vergrößert darstellen zu lassen. Ich kann die Textgröße im Betriebssystem verändern. Ich könnte Bewegung reduzieren. Das heißt, beim iPad werden weniger Effekte, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich eine App schließe oder öffne, dargestellt, was einfach für eine reizärmere Umgebung sorgt. Ich habe die Möglichkeit, über gesprochene Inhalte die Sprachausgabe des iPads zu aktivieren, dass ich mir also entweder markierten Text oder gar den gesamten Bildschirminhalt über eine Geste vorlesen lassen kann. Ich habe zudem die Möglichkeit, hier im Bereich Tippen zum Beispiel, kann ich Assistive Touch einstellen. Das heißt, ich würde einen digitalen Homebutton mit verschiedenen Funktionen bekommen, den ich entsprechend verschieben kann, je nachdem, welche Bedürfnisse ich eben in der motorischen Bedienung des iPads habe. Und hierüber könnte ich auch die Steuerung einer Maus einrichten. Ein Bereich, der relativ neu ist, ist die Sprachsteuerung. Den kann ich jetzt nicht im Detail zeigen. Es ist, glaube ich, auch noch relativ am Anfang. Ich kann das iPad im Prinzip vollständig über Sprache steuern, also nicht nur über Siri, sondern wirklich auch über konkrete Befehle. Momentan lässt sich die Sprache allerdings noch nicht auf Deutsch umstellen. Deswegen habe ich es jetzt selbst auch noch nicht ausprobieren können. Ich habe darüber hinaus die Möglichkeit, Tastaturen und verschiedene andere Geräte anzubinden. Im Bereich Hören könnte ich beispielsweise ein Hörgerät damit kombinieren über Bluetooth. Und hier unten noch den geführten Zugriff, den ich in einem eigenen Tutorial nochmal erkläre. Vielleicht ganz kurz. Das ist eine pädagogische Funktion, mit deren Hilfe ich den User auf eine App beschränken kann und auch innerhalb einer App nochmal entsprechende Beschränkungen setzen kann.